Stylas bless, Falaxi bless, alles bless. Erste Runde Abfahrt. Okay, Zone ist nicht scheiße, lass mal hier landen. Konzentrieren, konzentrieren, lass wir da landen. Wir brauchen echt jetzt nur landen und ich will nicht so viel move. Ich eigentlich auch nicht. Aber es wird halt alles sehr umkämpft sein, denke ich. Lamba Häuser? Wird sehr umkämpft sein, aber wir können machen. Ja, also alles unter uns wird umkämpft sein. Wollen wir main building Lamba, alle zu dritt landen? Main building Lamba ist schon... Wir können Farmen dann weitergehen. Wir können durch... Ich hätte rechts die Häuser gesagt. Dann markier mal, markier mal, markier mal. Ja, hier, die hier. Ja, okay, dann lass da zu dritt landen. Weil da wird, glaub ich, ein bisschen weniger los sein, als links in diesem Main building, in dem Quarry building. Äh, die Garten mit ins Geschiss, oder? Doch, rechts fliegt, rechts, rechts von uns fliegt die man mit. Mhm. Ah ja, ich seh's. Ja, jetzt einer vorne. Vielleicht landen die, wenn die rechts landen, das links landen, wenn die links landen, das rechts landen. Ja, die landen links, also der landen links. Hinter mir ist Klaus einander. Ja, ja, die landen links, die landen links Main building. Als landen aber auch rechts jemand an den Häuser und ich bin viel später als die da. Ja, Sam. Wollen wir ein bisschen weiter fliegen, Farmen dann rein? Ähm, Farmen dann rein? Lamba. Ja, ich bin, ich muss hier runter jetzt, ne? Ja, da sind richtig viele bei euch. Ich loote hier schnell meine Waffe. Ja, die haben, die haben nur Macken. Bro, die werden da schon was finden jetzt. Ja, warte, Bro. Ich hole mir die auch ne Waffe. Ich hab ne AK. Ja, ja. Das rein, das rein, ich hab ne PP. Ja, ja, ja. Wir nehmen Haus war schon da drin, pass auf, vor uns, Felix. Besser da drin auch, Felix. Ja, da drin. Ja, da drin. Ja, da drin. Ja, da drin. Ah, eine absolut außen, absolut, absolut, absolut. Jörn schon. Nein, hier. Nein, hier. Nice. Du bist dran, Soldat! Zeig diesen Mistkerl, wo der Hammer hängt. Oh mein Gott. Jörn,�에서? Sehr, 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 sehr kranker Gulag bei mir. Aber wir haben baut ja viel. Lass rechts rum rotieren, also quasi hier, hier, hier so lang, oder? Liegen aber Waffen für mich? Ja bestimmt. Ne PP liegt hier, glaub ich, noch hier irgendwo. Oder hier auf dem Dach oder sowas. Und dann, wo links von dir müssen noch ne OTS, glaub ich, auch. Ich hab nen Comment vergessen, dass... Ich hab ne Code Run per 5. Okay, Bro. Ich lauf mal, ich lauf zu Matzen. Ich lauf zusammen rumlaufen. Weil, wenn wir zu Lüttern laufen... Und auch immer, ähm, falls wir das haben mit Drohnen und so weiter, dass wir immer die einzelne Kills pushen. Zu dritt. Weil immer jeder Kill zählt halt. Ja, ja, safe. Oh man, schade. Ich hab leider den ersten Wunsch geschossen. Hab ich vergesst, dass wir ein Scheißspiel sind. Hab ich nicht gepusht. Jetzt sonst hätt ich alle geholt. Wie viele Kills haben wir? Ich hab zwei. Fünf. Ich hab einen. Ne, oder? Ich hab vier. Ja, aber vier ist echt gut. Ist für erstes beim Early Game. Auch, dass ihr beide überlebt habt, wirst ich. Und wir sind am Leben. Ich hab aber gleich noch ne Muni-Box dann, wenn wir Lodi haben. Oh, ne, Muni-Spot. Ja. Boah, Spätsgebunus wäre echt huge, dicker. Und normal. Und von hier aus können wir gute auch ins Endgame routieren. Ich hab hier noch ne Plattenbox, Jungs. Oh, das Pick. Könnte sich dann jemand holen. Ja, ich hol die mir. Hier ist noch ne Kisswing über mir. Ich glaub ganz oben drauf. Ja, oben drauf müsste noch was sein. Ich hab Double Flash auch. Also wenn irgendwas ist. Sag Bescheid, ich flash alles. Was zur Luft fast geholt. Ich hab drei Magnum. Hier ist noch ne Muni-Box. Ich hab hier was gefunden. Kriege Ende Mine. Ich hab ein. Ich hab ein. Ich hab drei Magnum-Budet. Man braucht vier, oder? Ja, ja. Du brauchst auch noch, wenn du willst. Jetzt hab ich mal mit. Ich hab kurz gedacht, ich hab was gehört. Wir sind kurz für Lodi. Äh, da wird die Klasse dahin. Äh, da wird die Klasse dahin. Klasse. Drohne, Drohne, Drohne. Wahrscheinlich von hier. Äh? Also mir wurde es nicht gecallt. Vielleicht hat er noch was. Dann ja, ja. Dann closer bei dir. Lass schnell Lodi erst mal sagen. Ja, aber wo halt ne? Also wir haben jetzt nicht nur so viel Platz. Links sind die Häuser. Wir sind die Häuser. Ja, ja stimmt schon. Und wir haben, wir haben nicht so gut gehen. Das haben wir 6, 9, 6, 9, 12, 13, 8, 1, 2. Vielleicht hitten die uns. Passt auf. Hier ist Geld. Ich hab lila OTS. Ja auch noch. Ich glaub wir haben ihn. Okay, ich komm zurück. Ich hab lila OTS. Ja, ja, die ist sehr gut. Da kannst du safe. 2, 3 Slotot holen. Hab ich vorhin auch gemacht. Haben wir überhaupt nen Shop? Wir haben gar keinen Shop. Ja, da. Deswegen hab ich gemarkiert. Deine Drohne muss von einem auf der Kontakt beim Shop sein. Und auf dem linken oder auf dem rechten? Auf dem rechten, lieber würde ich sagen. Der linker ist halt näher da und safer. Nee, aber wenn die von oben gucken, sind wir da echt fucked, bro. Ja, safe. Lass lieber ganz rechts rum einfach so am Wasser. Ich auch schon mal noch. Pass auf, wo die Drohne gezogen wird. Wir werden auf jeden Fall gegner sein. Ja, ja, aber die Drohne muss schon weg sein, eigentlich mittlerweile. Naja, aber... Lass am besten jetzt schon zusammenlegen, oder? Nicht am Shop erst. Machst du mir Geld? Ja, ich brauche keine FDIs. Ja, ich droppe da auch, droppe da auch. Ja. Ich bin der letzte von euch. Bargeld am Boden. Ich droppe am Shop meine Muni-Box da. Das ist geil, der wird auch sein. Am Endcamp das Regain. Also hier liegt ja kein Lund mehr dann. Die werden dann alle da... Gehen zurück, landen wir... Wir bleiben mal die Runde landen, okay? Ja, ja, safe. Weil die werden auch da landen. Ja, safe. Ja, das wird so ein Spot sein auch für Leute, die dann aus dem Gulocken bekommen. Ja, ja. Mit nem Farmland schießen die auch. Hier ist noch ungelootet. Hier ist noch ungelootet. Ich hab hier was gefunden, falls jemand das brauchen. Dann geh ich mal in das andere raus hier, ne? Hier ist auch noch ungelootet. Ein, zwei gefunden. Die Feinden fahren, dann wollen wir zurück, landen wir aber, oder? Warte kurz, mal kurz. Sag an. Wir können euch tätig auf rein, aber wir können auch zurückziehen. Aber wollen wir nicht... Ja, okay. Müssen wir das sowieso zurück. Aber dann lass warten, bis wir die fertig haben, bis die erste Saison vorbei ist, oder? Ja, ja. Weil sonst haben wir ja die Info auf die erste Saison. Bringt uns nix. Ja. Gut, dass du Erlebens genutzt hast. Sehr, sehr gut. Ich bin derjenige mit Heartbeat. Ja. Ich hab freshes... Das hier alles durchloopen, und das hier gar nicht... Ich hab auch aufhören. Ich hab auch aufhören. Richtig. Ja, du hast der zweite Saison. Richtig. Ja, darum müsst ihr auch immer denken an die Waffen. Mach die nicht an, oder? Ne. Wir warten. Ich scanne die Bussen rum. Feind hat eine verbesserte Drohne gestanden. Verbesserte? Wir sind ungeschützt. Maybe... In Lamba ist doch so ein Raum. Ich glaub hier drin, oder? Ne, 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 ne. Verbesserte hat natürlich das ganze Map-Call. Safe? Ja. Aber wenn, dann müsste er glaub ich hier drin sein. Ja, aber dann kriegt man nicht... Kriegt man nicht mehr diesen Call, dass jemand im Drohne ist? Ne, das ist schon länger nicht mehr so. Wir können jetzt eigentlich anmachen, weil das geht ja nicht so lange. Manche Drohne über uns! Manche Drohne? Nicht so was machen. Mach die doch noch weg, geh unbedingt zum Schluss. Jungs wartet, das schaffen wir. Ne, 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 jetzt ist das amfass, dann können wir zu Ende machen. Ja, ne, ne, jetzt ist das amfass, dann können wir zu Ende machen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist gut, guck mal, das geht auf jeden Fall aufhundertzeiten. Ja, wir müssen, wir haben schon mal fertig gemacht. Ja, also wäre ich mit reingegangen, hätten wir das geschafft. Ja, ja, das ist ja. Das sind die dritte Saison angezeigt. Können wir eigentlich machen, oder? Wenn wir eh hier... Oh, direkt auf dem Turm. Ne, lass dich nicht machen. Lass dich kippen. Hey, ich geh, ich geh, komm. Weil, also, hier wird keiner sein und wenn, sollte ich da runterbringen. Ich hab ja noch Ruder. Plus, ich bin mir sehr sicher, du kannst von oben, kriegst du keinen Fallschauen. Wobei, doch, 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 du kriegst das Fallschauen. Das ist doch, glaube ich, ein Meter zu. Ja, aber wie gesagt, das eh Wayne Train, weil, also, ich kann ja schnell runterspringen. Ich werde schon so nicht schnell gehen. Ziele aktualisiert, weiter zum nächsten Stand. Naja, das wäre halt uns weiterkommen. Das wäre wirklich best. Deshalb sind sie auch nicht so viele hier gelandet, denke ich. Ziele aktualisiert, weiter zum nächsten Stand. Wie viele Platten habt ihr? Äh, fünf. Ich hab drei. Ja, dann nimm du die Tasche. Dann nimm du den Platten, sag ich. Ja. Feindliche Drohne über unten. Frior. Man kann halt nirgendswo Klaus Kloster nennen. Ist ganz gut. Ja, doch schon. Kann das sein, dass du die geholdet haben, die Drohne. Ja, natürlich, aber... Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so geistig gekommen. Weil, so viel Drohne hat man dann auch nicht aufzeichen. Ja. Nimm ich den Cash. Warte. Wollen wir... Da ganz oben schließen welche. Hier. Habt ihr gesehen? Der ist Skullak, wir können Bounty machen. Das kann nicht gut. Das ist Skullak, Felix. Glaub ich. Nee, das war in dem Haus unsere Ebene, glaub ich. Oder so. Wenn wir das angezeigt haben. Oh. Da lass hin, das denn. Schnapp das euch. Wer ist das? Javix. Der ist gut. Ja, das ist sehr sehr gut. Aber auf dem Berghall, ne, oder? Das ist halt sehr eklig zu fighten. Ja, ja. Lass uns mal gucken, ob wir was anfangen können. Ich seh den. Er fightet. Er fightet. Hier hinter dem Baum ist, glaub ich, einer. Ja, hier. Er geht auf den Berg hier hoch. Ich schieß nicht, ich schieß nicht. Ja, warte, warte, warte. Wollen wir zu shoppen? Jetzt, 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 jetzt. Knott. Na, ist wichtig. Wollt ihr hin oder wollt ihr nicht hin? Nee, lass nicht hin, oder? Wozu, wozu? Wir könnten vielleicht nochmal zurück zum Shop und alles selbst kaufen. Guck mal, wie viel Geld wir haben. Wir haben richtig viel Geld. Es wäre halt dumm, das zu holden, eigentlich. Ja, bei den Kills. Also, wir kommen, wir kommen zu keinem anderen. Aber die haben halt keine Waffen oder so, denk ich. Weißt du? Ja, aber das sind halt zwei Teams und wir wissen, dass wir jetzt hier sind. Die haben da oben schon eine ekelige Posi. Also, ich würde eventuell schon da drauf gehen, die Kills mitnehmen. Lass ab Top 25 Kills mitnehmen, oder? Weil wir haben wirklich gutes Early gehabt. Ja, Top 25. Müssen wir Top 25 kommen, oder was? Ja. Top 25. 4x1,3. Wäre blöd, wenn wir das so wegschmeißen würden dann das Early. Bro, wir haben ein Kill jetzt mitgenommen, wir haben richtig viel Cash. Ich würde einfach nochmal alle zurückkrotieren und alles Self und Drohne holen. Weil das ist der einzige Shop, wo wir hin können. Und danach können wir uns richtig lange Lambers sitzen. Da oben fliegt einer. Ja, der geht aber runter jetzt, ne? Fickel, 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 Fickel. Puschen, Puschen, Puschen. Ja. Da kommt es ums. Oh, nicht dass er bei seinem Team landet, pass auf. Ich geh mir, ich geh hier Top 25. Der ist ja irgendwo lang, oder? Ja, bei den Trains. Da ist er da drin. Ja, Schatz, 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 Schatz. Mehr, 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 mehr. Ich hab einen geflasht. Der läuft noch hinten weg, einer läuft noch hinten weg. Einer ist noch drin? Der ist immer noch drin, der ist immer noch drin. Ja, jetzt läuft er auch noch, einer läuft noch hinten weg. Ne, bei den Trains, bei den Trains steht er irgendwo. Okay. Und nicht dass er hier, glaub ich, gleich weg mountet. 14 Meter rechts. Die Dodgen, oder? Ja. Ich brauche halt, ich hab einen Sheetbrake. Da, wo ich rot markiert hab. Nein, das ist richtig, richtig. Ich war aber zwei, waren zwei, waren zwei, waren zwei. Ich bin in deinem, ich bin in deinem. Okay. Bei dir waren zwei, Felix? Ne, 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 es waren zwei, obwohl er jetzt rausgedrückt. Okay. Weißt du, wo er ist, Felix? Äh, Matze? Der ist hier weggelaufen. Ich hab mit dem. Wir sind verloren. Wir sitzen hier in irgendeinem Train, oder so. Oder nicht? Ja, komm. Lass dir. Weil wir haben sonst nicht mehr viel Zeit. Ja. Egal, Bro. Wieder einen Kill mitgenommen. Ja, ja. Wichtig, wichtig. Sext, sechs, 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 sechs. Ne, ich weiß nicht. Ich kann doch nicht auf Houdini weg, oder? Vielleicht hat er sich in irgendeinen Busch gelegt, oder so. Ne, ich hab ja Heartbeat. Ich hab den ja auf Houdini gehabt. Achso, okay. Später, wenn du das weg sind. Ne, wenigstens weniger, oder? Einem Scheitz. Ah, stimmt. Echt? Weniger Range für, äh, Ding? Aber du hast grad, er hat grad 40 Meter irgendwas angesehen, also gesehen. Ja, ich hab 43 Meter gesehen, gerade. Ja, aber wer ja Quatsch ist. 47 Meter sogar. Ja, dann, dann ist es genauso 50. Mach mal Drohne, äh, Felix, sofort Drohne an und dann erst self. Ja. Ja. Naja. Und auch nimmer nur ne Drohne mit. Geld brauche ich halt noch von euch. Wollen wir, ah ne, die Drohne dauern noch ewig. Wollen wir uns trotzdem da einmischen? Was kaufe ich mir? Ich kaufe mir self und? Mein Mischen. Und gebe mir den Rest für Drohne. Ja, die fighten sich dann. Wir haben full info auf die. Wir haben noch zwei Drohne drin. Was auch, dass ich halt kein Team da full Geist gold hat am ersten Video oder so, ne? Ja, aber unwahrscheinlich. Ich weiß nicht. Vielleicht ist einer Ghost. Vielleicht ist einer Ghost. Es sind halt richtig viele Teams, ne? Auf die Zone. Deshalb passt auch. Wir hatten sogar Geist nehmen können. Drei Teams. Drei Teams. Oben auf dem Dach einer, den kriege ich. Richtig. Was? Ich weiß nicht, ob er was helft hat. Er ist auf die andere Seite vom Dach gefallen. Aber eigentlich müssten die Gegend hin. Wir können auch close hiten. Wir können auch close hiten. Der ist halt ganz oben. Oh, der ist oben. Oh, der ist oben. Der ist unten in der Kirche drin. Okay. Und einer im Shop halt. Dahinten läuft einer. Zwei, zwei dahinten. Zwei. Zwei. Ich guck da ein linkes Fenster gerade, Matze. Ab. Dennis. Nice. Noch ne Drohne vielleicht? Hier geshotzt ein Team. Sie sind nach links geshotzt. Sie werden links geshotzt. Aber ich mach an. Ich mach an. Ja, das ist unsere letzte Drohne auch. Oh. Ja, egal. Dings hat Geist bei mir. Der, der hier live ist. Ja. Ja, die, die da... Lass uns zurück, Jungs. Ja, lass zurück. Ich hab auch noch ein Geschütz. Wir sind Top 25. Ich hab einen Kill vom Dach leider nicht bekommen. Ich weiß. Soll ich ein Haus weiter sogar noch? Ganz hinten cross der eine. Oh mein Gott. Ich hab aber Dennis bekommen. Fein Kontakt. Ja, richtig. Lass ganz weiter, oder? Oder wo kommen die? Ja, aber den einen können wir noch hier... Okay. Ja, ne, ne, ne. Mach, 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 mach. Ich weiß nicht wo die sind wegen Geist halt. Ich war die ganze Zeit mit Dennis und seinem Team beschäftigt. Wir können noch weiter. Wir können noch eine Drohne kaufen. Okay. Dennis moved hier rechts. Fein Aktivität! Der muss da rauskommen. Der muss da rauskommen. Dennis gibt genug finish, bro. Also Dennis ist ein Team. On me, on me. Ich glaube in dieser kleinen Ding hier drin. In der Hütte. Da wo ich die MP5 markiert habe. Ja, lass zusammen. Der ist nach links shop 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 shop. Pushen. Alleine, alleine, alleine. Am shop 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 aber der einzelne punkt ist das den einzelnen punkt holen ich müsste muss der mate von dennis sein jemand kann aber natürlich auch mal rechts biegen zwei leute bei mir haben ich gesehen wir haben gehärtet ja die rechts pushen uns jungs natürlich dass ich das hinsteigen kann der geschützt und stellen eine monge cool und schüttern um mein gott das war ich habe auch nicht mehr so viel ich habe auch keine platten gefasst ich habe ich habe ich kann landen weg ist dann gleich platten box einfach easy was sie lasst kurz safe und dann kommt das recht sein die werden hier auch schon geschlossen pass auf pass auf dass das von matze macht es eigentlich alles zu ich habe auch noch mal drei gelegt ja aber lass aber nicht schon weil du da raus gehst dann wirst du von hinten halt angeschlossen erwartet hier kommt noch jemand wir können da schießen dann bei uns das schießen was schießen auf jetzt ja war weiter rechts noch im wald weiter rechts machen das ist nicht so viel mit oder das ist mir die zone zu gehen lassen ja da drüben ich mache ich mache meinen eigenen ich habe noch geschützt und ich kann auch ein geschützt und gleichstellen wir gehen einfach gleich zusammen das nächste okay hier geht jemand dass der mail von das dann gleich zusammen die feine die feine hier ja ja das da in dem fluss mäßig aber ich glaube der ist tot in dem fenster hier ist einer drin jungs lass mal kosten jetzt da können wir auch mal zu halten ja 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 komm 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 die werden auch kosten das sind zwei das sind nicht drei okay pass auf aber im korrig wurde wird denk ich mal jemand sein oder ja aber wir können oben dann durchlaufen halt wisst du da ist diese ja 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 klar ja aber schwierig wir werden aber dann den nicht bekommen oder in der zeit ja die schon bringt nichts mehr weiterlaufen weiterlaufen wir können nicht jedes haus wir sind noch nicht top 50 zwei teams noch zwei teams noch wichtig aber nur er nur er das team ist nicht tot sei sein team lebt einer der zwei jungs da lande der klaus aber doch die kill den jungs ja komm naja hast du der recht dazu bewegt oder die kinder war nicht leider wer ist hinten ich komme ja ich habe da hinten gebaut gerade habt ihr noch eine money box ich habe nichts ich habe 150 schuss passt auf rechts musst du schieben sein wo es schon zu sterben ja 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 ich guck da gerade drüber die werden halt ganz tief im wald weiter noch ich habe Angst guck mal lieber hinter uns noch so ein bisschen ne ich werde angeschossen und im graben irgendwo weil selbst wenn einer hinter uns ist wo der auch nicht stark stark 4o ähm das ding ist der hatte eine money box glaube ich sehr gut für uns der hat eine money box unten soll ich die kurz holen gehen ja hol die ja ne wobei ich komm da nicht raus ich komm da nicht raus ich komm da nicht raus oben auf den berg kommst du nicht rechts mit gasmasker raus ich hole die ok ich hab halt keine gasmasker richtig ja ja ich hole ich hab eine was auch das nicht irgendwo äh ich hab eine money box rauch die sofort ja ja sofort sofort ok ja hier liegt lass so ein bisschen links rum gucken oder ja 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 links rum ich habe doch glaube ich jemanden gesehen oder bei links zweiten auch welche wir können den berg hier holen denn beim berg muss auch laufen ich halte kurz berg ich hab da irgendwas ist vor uns ich hab da irgendwas ist vor uns ich hab da irgendwas ist vor uns wir können die eigentlich flanken wir können die flank playen hinter mir hinter mir ich bin das ich bin so absolut alter keine chance zu überleben weil ich krabbel ja so slow ne diese scheiße man braucht keine chance hier weg zu kommen versuch dann noch kill zum berg mitzunehmen ja keine chance von beiden seiten gleich mit tot flex um versuch versuch ja doch easy easy stark ganz links noch mehrere ganz links noch mehrere easy bro good posy sehr sehr gute posy ja 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 versuch der life sustain versuch vielleicht nicht zu schießen wegen den links bro weil da außer wenn du ein save save kill hast der wird sterben rechts jetzt der wird sterben rechts sohn ist ganz geil für dich aber du musst links den krossen nicht schaffen schön die sind da an dem großen stein oben an dem großen stein ah ich fühl keine Art mit nichts mehr mit jawoll top 5 ich selber war so schnell top 5 top 5 top 5 stark stark wir haben auch nicht wenig kills stark runde 16 kills top 5 stark stark äh 13 16 kills das ist eine sehr gute runde gg's jungs gg's nice top 5 ist gar nicht top 3 wäre der nächste gewesen top 5 ist 1,4 bis 10 vierter bis 10 aber egal ne also auch top 4 hätten wir jetzt gar kein Schuss ne ne keine Schuss also hätte ich stimms gehabt hätte ich zu überleben ja stimms glaube ich echt wichtiger ich hab auch keine gasmus drin weil du kriegst du kriegst easy eigentlich mal posi auf gegner wegen dem leben halt auch wenn du mal piekst und deshalb ist Tim schon wichtiger na wir wurden da Felix nicht wurden da von freiteams angefeiert ja ich hab auch gekollt dass die rechten teams sich gegenseitig fighten da nicht so rüber gucken weißt du ja alles ja auch richtig ja auch richtig also vielleicht haben die Kills noch mehr Raum dann ist es eine Counter-Mette wir hätten auch aber wir hätten auch wir hätten auch wer weiß ob wir den Team überhaupt gewonnen hätten ne naja gg's 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 das ist das schlack spült jams recht gute runde